Wie kann ich meine Gesundheit mit Feng Shui verändern, verbessern? Und da erzähle ich mal kurz meine Geschichte mit meiner Tochter. Meine Tochter ist ja zweieinhalb Jahre gewesen, dann ist sie sehr krank geworden, musste eine Therapie machen und ich hatte damals diese Therapie abbrechen müssen, weil sie es nicht vertragen hat und sie war sehr pathisch, musste so eine Chemotherapie machen. Auf jeden Fall habe ich dann eine Naturärztin, also eine Heilpraktikerin besucht, die dann eine Ausleitung mit uns gemacht hat und den Feng Shui-Experten eingeladen hat zu dem Vortrag. Ich bin nur ihr zuliebe eigentlich dort geblieben, weil, naja, ich wusste nicht wirklich, was Feng Shui ist. Und vor 30 Jahren habe ich dann erfahren, dass sich die Gesundheit durch den Raum verändern kann. Also meine Tochter zum Beispiel hatte nie durchgeschlafen, war immer irgendwie kränklich und sehr anfällig. Und ich habe den Meister damals eingeladen, leider lebt er heute nicht mehr. Und er hat mein ganzes Umfeld aus den Hebeln gebracht, denn er hat gesagt, meine Tochter würde ganz schlecht schlafen und ich sollte das Bett umstellen und auf jeden Fall in eine andere Richtung, am besten noch in ein anderes Zimmer. Und dann habe ich das erstmal nicht gemacht, aber als ich dann schon wieder zum Arzt musste, habe ich dann angefangen, wirklich alles zu verstellen, die Möbel zu rücken. Und meine Tochter hat von diesem Zeitpunkt an durchgeschlafen, was für mich dann auch ganz schön verwunderlich war, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, was ist jetzt los? Ja, was kann, was ist jetzt passiert? Und das war dann sehr schön, dass sie sich besser entwickelt hat und fröhlicher war und wieder in ihre alte Energie gekommen ist. Und so habe ich dann meine erste, naja, einen Workshop besucht, danach eine Ausbildung besucht und später dann die Ausbildung bei Großmeister, ich habe Shanghai gemacht. Also es ging um Gesundheit, als ich angefangen habe mit Feng Shui. Und heute kann ich wirklich sagen und begleitend jeden, in jeder Beratung, die gerade um Gesundheit geht, sagen, es ist der eine wichtigste Punkt, den man unbedingt beachten sollte, der Schlafplatz. Wie gut ist das Haus überhaupt eingebettet in der Landschaft und wie hat man selbst eine Resonanz zu der Umgebung? Also das Erste, was man hat, Schlafplatz, schläft man gut? Wie gut schläft man? Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die knirscht immer mit den Zähnen und ist natürlich auch sehr nervös und kann schlecht einschlafen. Ja, und dieser Kundin hat dann eine Elektrosmog-Analyse gemacht und man hat einfach gesehen, Elektrosmog war das Problem. Eine andere Kundin, die hat eine ganz schlimme Diagnose gekriegt, Krebs. Dann habe ich eine Untersuchung des Bettes gemacht. Ja, natürlich war ich auf einer Wasserader gelegen. Also das gehört zu einer Feng Shui-Beratung. Eine andere Kundin, die hat sich immer gewälzt im Bett, schlecht geschlafen. Der habe ich einfach eine neue Richtungsenergie angeboten und sie konnte danach besser schlafen. Also es gibt mehrere Richtungen, in die man schauen muss, wenn es um eine Gesundheit geht. Also die Gesundheit ist das wertvollste Gut, was wir überhaupt haben. Das Erste wäre, wie gesagt, der Schlafplatz. Das Zweite ist die Umgebung. Also man kann zum Beispiel Störquellen und negative Elemente schon eliminieren, indem man sie mal sieht. Ja, hat man einen Sendemast in der Nähe. Hat man einen Sendemasten, hat man natürlich nicht so gute Karten. Wie sieht es aus mit Elektrosmog in der Nähe vom Bett, ja? Oder auch in der Umgebung. Ist da ein Hochspannungsmast, der vielleicht in der Nähe ist oder sogar über das Haus geht? Das muss man unbedingt beachten. Vor allem in unserer heutigen Zeit, wo das 5G-Netz doch sehr auf unsere Gesundheit einwirkt. Dann kann man natürlich auch negative Merkmale, wie, ja, wenn ein Baum schlecht wächst oder das Gras gar nicht grün ist, alle Pflanzen eigentlich immer eingehen, die Tiere immer kränklich sind, dann weiß ich schon, da ist irgendwas im Haus. Entweder die persönlichen Werte des Eigentümers sind vielleicht nicht in Ordnung mit dem Haus, dass die nicht kompatibel sind, aber es kann auch sein, dass wenn wir was umstellen, dass sich das auf jeden Fall verbessert. Denn Ausziehen ist immer der schlechteste Wert, den man eigentlich macht, sondern man versucht erst mal alle Dinge zu verändern, die möglich sind. Ja, das äußerste Umfeld, das bedeutet natürlich, haben wir auch negative Merkmale, wie zum Beispiel Müllhallen, Friedhöfe, Krankenhäuser, ja, Polizeistationen ist meistens auch sehr viel, Elektrosmog dabei, Feuerwehr und so weiter, gell? Das muss man alles identifizieren. Und wenn man das hat, dann kann man natürlich immer sagen, ich kann was dagegen machen. Es geht was dagegen. Also das ist nicht so, dass man es hinnehmen muss. Und dann würde ich immer sagen, ist es so, dass man das nicht für sich selbst lernen kann. Also man kann es schon lernen, indem man eine Ausbildung macht, gar keine Frage, da kann man es selber lernen. Aber wenn du jetzt gesundheitlich angegriffen bist, würde ich dir immer raten, suche dir einen guten Feng Shui-Berater, der ausgebildet ist mit der Feng Shui-Exzellenz-Methode. Oder am besten, mach einen Telefontermin gratis mit mir aus. Wir sprechen über dein Problem. Wir können das diagnostizieren, vielleicht schon von der Ferne. Und ich kann dir dann genau Tipps geben, was du eben machen könntest. Und das ist kostenfrei. Also eine halbe Stunde können wir auf jeden Fall kostenlos über dein Problem sprechen. Also schau einfach mal, ob das wird dich in Frage kommen. Denn, also bei mir zum Beispiel war es so, das hat mir so viel Lebenswut und Lebensenergie wiedergegeben, als ich mitgekriegt habe, dass es meiner Tochter wieder besser geht. Dass meine Tochter durchschlafen kann. Dass meine Tochter wieder gesund wird. Das hat mir viel, viel Kraft gegeben. Und natürlich auch meine eigene Energie habe ich gestärkt. Ich war ja auch kränklich, anfällig, einfach nicht in meiner Mitte. Wenn sowas passiert, wenn ein Kind zum Beispiel krank ist, ist ja die Mutter auch meistens sehr, sehr tief belastet. Also das heißt, mir hat es damals mehr als Glück gebracht, dass ich eben diesen Berater eingeladen habe und eben die Feng Shui-Beratung durchgeführt habe. Denn man soll immer wirklich darauf achten, das äußerste und das wertvollste Gut ist eben unsere Gesundheit. Und die dürfen wir nicht einfach hergeben, sondern die müssen wir ganz gezielt angehen. Feng Shui ist so ein großer Teil. Also das heißt, wenn wir uns anschauen, was wir alles für unsere Gesundheit tun könnten, ja, wir sind ja viel, viel mehr belastet. Erstens mal durch den Stress, durch die Hektik, durch das schlechte Wasser, durch die schlechte Ernährung, die wir zu uns nehmen. Die Giftstoffe, die wir einatmen, die Giftstoffe, die in unserem Wasser und in unseren Lebensmitteln sind, sind doch viel, viel mehr. Außerdem nehmen viel mehr Menschen Medikamente, weil sie denken, oh, Kopfschmerzen, schnell nehmen Medikament. Aber die Ursache müssen wir bekämpfen. Oder ich kann schlecht schlafen, mir nehme ich eine Schlaftablette. Aber die Ursache ist nicht bekämpft. Und das ist einfach das Wichtigste. Wir schauen uns die Ursache an und wir schauen, dass wir diese Ursache eben verändern können, um dadurch wieder mehr Lebensmut und Lebenskraft zu haben. Also ich habe wirklich in diesen 30 Jahren meiner praktischen Erfahrung mit Feng Shui, kann ich hundertprozentig sagen, Feng Shui wirkt. Und sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Also ich war zum Beispiel jetzt in Kerala bei einer Ayurveda-Farm und ich konnte überhaupt nicht schlafen. Und das Bett war total schlecht ausgerichtet und das war einfach gar nicht günstig für mich. Und ich habe mich dann umgeguckt, bin an die Rezeption gegangen und habe gesagt, ich brauche ein neues Hotelzimmer, denn ich wollte vier Wochen dort bleiben. Und dann haben sie mir mehrere Zimmer gezeigt und gesagt, nee, 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 ist alles gleich. Alles gleich ausgerichtet, bringt nichts. Ich muss die Ursache und das Übel an meinem Zimmer machen. Und dann habe ich gefragt, ob es denn möglich sei, dass man mir jemanden schickt, der mit mir das Bett umstellt. Ich habe das Bett umgestellt. Es sah dann ein bisschen anders aus, das ganze Zimmer. Und der an der Rezeption ist dann auch gekommen, wollte sehen, wie ich denn mein Zimmer umgestellt habe. Und er sagte, es sieht ja toll aus, fantastisch. Und ich habe die vier Wochen danach wirklich super geschlafen. Und das Interessante an diesem Hotel war, ich habe mich mit so vielen Gästen unterhalten. Die meisten Kunden schlicht schlafen. Ja, weil das alles die gleiche Richtung war, die einfach ungünstig war. Also man könnte, wenn man jetzt ein Hotel hätte, jedes Zimmer dementsprechend gut ausrichten, dass jeder Gast gut schläft, dann wird doch die Erholung viel, viel besser. Und genauso geht es doch mit uns zu Hause. Da müssen wir doch schauen, wie es uns einfach gut geht. Na, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen inspirieren, damit du genauer hinguckst, vielleicht deinen Elektrosmog überprüfst in dein Zuhause. Kein Handy beim Schlafen, kein Fernseher, am besten die Lampen aufdecken. Ja, das ist ganz wichtig. Denn das kann auch manchmal der Verursacher sein. Mobiltelefon außerhalb. Und dann keine Federkernmatratzen zum Beispiel. Die leiten natürlich auch elektrische Felder, keine Wasserbetten. Das wäre schon mal ganz gut, wenn du das eliminieren könntest. Dann schau mal, ob Eckenkanten auf dich zeigen, im Schlafbereich ganz, ganz wichtig. Da noch mal genauer schauen. Und dann prüfe einfach selbst mal, wie ist denn dein Schlaf? Aber ganz ehrlich zu dir sein. Ist der Schlaf gut? Ja, sagen ihr Meisten, wenn ich komme, oh, ich schlafe gut. Ja, aber was heißt das? Gut, wie gut heißt das für dich? Wachst du öfters auf? Schläfst du schlecht ein? Bist du geredet am nächsten Tag? Das sind alles die Dinge, die du unbedingt mit beachten solltest. Ja, Fenn, ich konnte dir jetzt ein bisschen weiterhelfen. Und bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe, deine Petra. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.